Ihr Lieben, das ist unser Set hier von Book Deluxe. Hier werden Sie Platz nehmen, die Autoren und Autorinnen, mit ihren Bestsellern, mit ihren Themen. Wir werden das diskutieren und das Ganze bei YouTube und natürlich auch als Podcast. Und dann seid ihr gefragt, schaltet ein, liked uns, klickt uns an, Book Deluxe ab 25.10. Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer.